Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin weiterhin bei knapp 28.000 US-Dollar. Wir befinden uns in einer Seitwärtsphase. Die Bitcoin-Dominance bröckelt ein bisschen. Dafür sehen wir eine kleine Altsidesen. Wir haben gestern schon phänomenale Anstiege bei XRP und auch bei Cardano gesehen. Ob das jetzt im Laufe des Tages so weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem natürlich der fette Zinsentscheid, der heute Abend auch um 19 Uhr ansteht. Deswegen gehen wir heute Abend bereits um 18.30 Uhr live. Also notiert euch das, 18.30 Uhr heute schon ein bisschen eher Livestream. Dafür aber auch nicht so lange. Dann werde ich aber dann später noch den Link in die Telegram-Gruppe reinposten. Doch bevor wir starten, wie immer Freunde, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein schauen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges. Ich habe gestern schon einiges hier wieder reingepostet, auch Updates aus den Videos heraus, die wir gestern früh gepostet haben. Also schau da gerne vorbei. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, starten wir direkt durch. Wie gesagt, Bitcoin bei 28.188 US-Dollar. Wir haben gestern früh im Update-Video ja darüber gesprochen, dass wir hier diese gelbe Zone in dieser Form von dieser 1-Stunden-Demand-Zone nochmal testen könnten. Genau das ist auch im Endeffekt passiert. Wir haben diese Zone gehalten. Wir haben kein Lower-Low gebildet. Das war ja die Grenze, wo wir gesprochen haben, okay, ich möchte kein Low darunter sehen. Haben wir nicht geschafft. Deswegen erst einmal der Bounce. Und sind dann aber auch nicht mehr in dieses Rising-Redge momentan zumindest reingekommen. Wobei ich dieses Rising-Redge mittlerweile echt als Invalide darstellen würde, weil wir jetzt schon ewig hier oben immer versuchen, wieder diese Zone rauszunehmen. Wir haben sogar nochmal versucht, hier die 28.450 US-Dollar anzulaufen. Also für mich ist dieses Pattern einfach mittlerweile invalid. Ich würde das nicht mehr als gescheites Trading hier bezeichnen. Wir hatten auch hier noch gestern dieses Symmetrical Triangle, wo wir erst dieses Fake-Out hatten und dann nach oben hin ausgebrochen sind. Auch hier bisher das Ziel nicht erreicht. Deswegen werden wir auch dieses jetzt erst einmal entfernen. Aber wie geht es jetzt weiter? Also, wir haben ja im Endeffekt heute Abend um 19 Uhr, ein bisschen eher, weil eben Zeitumstellung schon da drüben war, bei uns ja erst am Wochenende ist, um 19 Uhr den Fett Zinsentscheid. Und ich glaube, das könnte nochmal ordentlich Bewegung in die Märkte reinbringen. Warum? Weil 5% sind eingepreist. Wir haben die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, dass die Märkte zwar von 0,25% ausgehen, aber immer noch so ein Bruchteil auch darüber nachdenkt oder nicht ein kleiner Prozentsatz darüber nachdenkt, dass wir auch gar keine Zinserhöhung sehen. Und das könnte natürlich das Nonplusultra für uns sein. Frisches Geld, weniger Zinsen eventuell, die dafür nötig werden und möglicherweise jetzt schon der Pi wird. Also, es wird heute Abend sehr, sehr interessant werden. Deswegen schauen wir uns das auch um 18.30 Uhr dann live mal an und was das auch für Auswirkungen haben könnte. Ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall in dieser Stunde wieder sehr, sehr viel Volatilität herrschen wird. Wir haben es in den letzten Fett Zinsentscheid immer wieder gesehen, dass nach oben und unten sehr, sehr viel ausgestoppt wird. Sollten die Zahlen positiv für uns sein, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir mindestens die 28.800 US-Dollar oder sogar 30.000 US-Dollar Marke antesten. Warum? Auch darüber haben wir schon des Öfteren darüber gesprochen. Wir haben hier oben noch so eine kleine Ineffizienz, genau bei den 29.239 US-Dollar. Das wäre so die Range, die ich mir heute im Laufe des Tages vorstellen könnte. Irgendwo hier oben, beziehungsweise bis maximal eben 29.743 US-Dollar. Das ist so die Zone. Danach rechne ich aber ganz ehrlich mit Korrektur. Früher oder später müssen wir auf jeden Fall nochmal runter. Die Frage ist, wann wir eben darunter gehen. Für mich immer noch der Zielbereich hier die 25.000 US-Dollar. Warum? Weil es in der Vergangenheit immer wieder Widerstand gewesen ist. Wir diesen Widerstand jetzt erst einmal nach oben hin rausgenommen haben. Und den würde ich jetzt gerne nochmal als Support bestätigen. Erst dann, ganz ehrlich, dann denke ich erstmal über 32 oder höher 1000 US-Dollar nach. Vorher ist mir das alles noch ein bisschen zu unsicher. Wie können wir uns positionieren? Ich würde jetzt erst einmal sagen, gar nicht. Ich würde jetzt einfach mal die Ficker davon lassen. Wir haben, wie gesagt, weiterhin eine Bearish Divergence. Wir haben weniger Handelsvolumen, was langsam hier reinkommt. Das heißt, das Volumen hier geht ein bisschen raus. Wir haben eine kleine Altcoin-Season, wo ich jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen komme. Also ich würde momentan, ich habe zwar noch einen Long laufen, aber wie gesagt Stop-Loss Entry. Ich würde hier gar nichts mehr jetzt im Endeffekt erst einmal aufmachen. Dann Short-Position warte ich noch, bis wir hier mindestens die 28.8 getroffen haben oder bis maximal 29.7 irgendwo in dieser Region. Relativ spontan dann, aber wahrscheinlich erst nach dem Fett-Zinsentscheid, weil ich mir das dann auch ein bisschen genauer angucken möchte. Wo sind die Wicks, die wir sehr wahrscheinlich eh wieder bekommen nach oben und nach unten. Und Paul redet ja dann auch noch um 19.30 Uhr. Und je nachdem, was er da sagt, könnte das natürlich auch nochmal Ausschläge haben und uns dann wirklich im Laufe des Tages auch zu 25.000 US-Dollar bringen. Also es wird ein spannender Tag. Ich bin echt gespannt, was da heute Abend rauskommt. Aber vorher, ganz ehrlich, würde ich erstmal ein bisschen Siesta machen und mich jetzt nicht zu sehr darauf fokussieren, jetzt hier auf Biegen und Brechen irgendwie in den Trade reinzugehen. Würde ich jetzt auch erst einmal nicht empfehlen. Von der Struktur her bin ich ganz ehrlich dafür, dass wir erst runtergehen, die 25k nochmal testen und dann versuchen, hier höhere Hochs reinzukriegen. Einfach, wie gesagt, Bearish Divergence. Unten gibt es noch zu viel Volumen, zumindest zu viel auch, was wir als Support bestätigen könnten. Also ich bin weiterhin eher ein bisschen Short angerichtet als Long. Aber grundsätzlich, solange der Trend intakt ist, werde ich hier nicht Short gehen. Und der Trend ist meines Erachtens immer noch intakt, weil wir kein Lower Low gebildet haben. So viel erstmal dazu. Dann gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier haben wir das Bearish M-Pattern, was wir ja gestern angesprochen haben, nicht nach unten hin durchbrochen. Wir sind hier schön in dieser Box geblieben, haben also eine schöne Seitwärtsrange gebildet. Also erst einmal das Bearish Setup, erst einmal weg. Wir haben aber auch noch kein höheres Hoch. Das heißt, wir konsolidieren hier in so einer Art, ich sage jetzt mal Broadening Wedge, wenn man das so ansprechen kann oder aussprechen kann. Passt ganz gut. Oben, sage ich mal, ein bisschen kleiner Abwärtstrend und nach unten hin ein bisschen stärker. Also passt schon sehr, sehr gut, was das Chart-Pattern an sich anbelangt. Aber auch hier müssen wir ein bisschen abwarten. Aber ich würde auch hier erst einmal noch keinen Short reingehen. Ihr seht hier diese grüne Box, das ist eben diese Daily Demand Zone, über die wir schon des Längeren immer mal gesprochen haben. Das heißt, hier liegt eine Menge Liquidität und ich habe gestern schon mal darüber gesagt, für mich ein Short-Bereich liegt so ungefähr bei 1870 US-Dollar. Das würde sehr, sehr gut passen mit einer neuen Bearish Divergence. Wir würden die Daily Demand Zone hier oben fast komplett rausnehmen. Das Risiko dabei ist, und da geht es jetzt wieder ein bisschen mehr ins Volumentechnische rein, wir haben halt hier im Endeffekt so wirklich die letzte Volumensammlung. Da drüben, diese Tops hier, haben kaum Volumenvorbildung mehr. Das heißt, sollten wir hier impulsiv durchbrechen und Pole spricht heute Abend, sage ich mal, hier den Bullrun aus für uns, dann würde ich hier auch nicht reinschorten. Das ist ein ganz, ganz gerades Maß. Theoretisch würde ich jetzt sagen, wenn keine Fed-Pole-Sitzung wäre, okay, die 1870 US-Dollar können wir auf jeden Fall shorten mit eben gewissem Risk-Management. So, sollte jetzt aber Pole heute Abend die Zinsen sogar senken, es gibt Leute, die sagen, es würden die Zinsen senken. Elon Musk hat es auch gesagt, normalerweise müssten die Zinsen um halben Basispunkt nach unten gedrückt werden. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber die Möglichkeit bestünde. Dann brauchst du hier auch keine Limit-Orders reinsetzen, weil das Ding dann wahrscheinlich sehr, sehr stark in Richtung 2050 Punkte oder 2033. Hier oben diese Grenze kann ich mir dann sehr, sehr gut vorstellen. Oder sogar, ja doch, 2030 Punkte können wir mal ganz kurz einzeichnen. Das wäre dann der nächste Halt hier oben bei Ethereum. Also ihr seht hier, es könnte heute Abend sehr, sehr viel Bewegung auf jeden Fall reinkommen. Weder short noch long momentan die richtige Option. Ich würde das Ganze einfach erst einmal aussetzen und solange der Trend eben noch vorliegt. Und ich kann es nicht oft genug betonen, the trend is your friend until the end. Und das stimmt einfach. Wir haben uns vor, ich glaube ein paar Wochen einfach mal die Finger verbrannt. Und das war dann wieder so ein Dämpfer für uns, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal keinen Trade mehr gegen den Trend. Das hat sich gut ausgespielt, das ist die letzten Wochen mal immer wieder eher wieder long eingestellt. Solange der Trend intakt ist, werden wir ja auch nichts anderes machen. Solange werde ich auch keine Limit-Orders oder sonstiges bearish reinposten. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz rüber, weil gestern kompletter Hype war bei XRP. Es gab wieder so ein bisschen Gerüchte, okay, neues Dokument aufgetaucht. Es könnte sein, dass XRP jetzt endlich das ganze Ding durch ist. Ja, werden wir sehen. Also wie gesagt, es war charttechnisch, haben wir ja drüber gesprochen. Ich glaube letzten Freitag, einerseits, oder den vorletzten Freitag, Entry war hier unten, das Golden Pocket, sehr, sehr bombegehalten. Dann eben dieses Falling Broadening Wedge, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Letzte Woche Freitag und sobald wir hier ausbrechen, Preisziel wurde jetzt fast erreicht. Also wir haben noch Luft hier oben bis ca. 0,51 bis 0,52 US-Dollar-Cent. Aber das HODL-Portfolio freut sich natürlich. Dann wurde ich gestern gleich gefragt, was wollen wir jetzt shorten? Leute, lasst die Finger vom Short-Hebel. Natürlich gehe ich davon aus, dass wir das hier unten nochmal retesten. Also nochmal in den Bereich der 0,40 US-Dollar-Cent gehen. Aber in solche Candles reinzuschorten ist, das ist einfach, da kannst du gleich dein Geld verzocken und ins Casino gehen. Hat nichts mit Traden an sich zu tun. Und wir haben hier einfach noch viel, viel zu viel Volumen. Das heißt, die Chance, dass wir hier eben nochmal hochkommen, in dem Bereich der 0,51 bis 0,52 ist sehr, sehr hoch. Und dann hier oben erst den Short-Impuls auslösen. Aber das müssen wir uns von Zeit zu Zeit angucken. Momentan gehe ich zwar von einem Rücksetzer aus. Die Frage ist, wann er kommt. Aber traden würde ich das erstmal nicht. Aber freut mich natürlich für das HODL-Portfolio. Gestern einfach mal 15, 16% gemacht. Das ist schön. Und Cardano hat gestern auch noch nach einem Video, wo ich gestern früh das Update-Video gemacht habe, haben wir noch darüber gesprochen, Wahrscheinlichkeiten, Symmetrical Triangle, auch wenn ich eher ein bisschen bearish, aber dann hat die Alt-Case ein bisschen hochgezogen und Bitcoin ein bisschen Konsolidierung gemacht. Sind wir nach oben hin ausgebrochen. Wir sind ins Golden Pocket gekommen und versuchen gerade dieses Golden Pocket hier oben zu festigen. Das ist ein gutes Zeichen für Cardano und auch generell, dass wir hier oben nochmal den Bereich 0,41, 0,42 US-Dollar antesten könnten. Also ihr seht, Alt-Coin-Season hat ein bisschen gestartet. Natürlich noch nicht so stark wie die Bitcoin-Season, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist zumindest mal ein Anfang. Trotzdem heute Abend die Augen und Ohren offen halten, was da draußen passiert. Und wir hören uns dann auf jeden Fall um 18.30 Uhr heute Abend zum Livestream wieder. Freue ich mich drauf, wenn ein paar von euch dabei sind. Und ich glaube, ihr habt da auch Bock drauf. Und natürlich dann auch mit euren Alt-Coin-Wünschen, Q&A, auf alles, was wir halt jeden Mittwoch und Donnerstag machen. Gut, das war es dann von meiner Seite. Und ja, News gibt es momentan noch gar nichts. Ich kann nur sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges, kommt da gerne rein, würde ich mich freuen. Und ja, dann hören wir uns heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.